Läuft schon? Ja. Lass ruhig laufen. Hebt mal eine teure Brause. So, wir sind wieder aus dem Urlaub zurück. Ja, du mehr. Ja, du hast auch Urlaub. Wer jetzt am Wendertag ausgeführt wird. Vielleicht nachher aber doch. Aber die Beste. Ja, also wir sind wieder aus dem Urlaub zurück. Wir sind heute. In Neustadt Urlaub, weil du das nicht wusstest. Ich wollte sagen Lederberg, aber ich bin nicht auf die Stadt gekommen. Ja, Lederberg, Neustadt Urlaub. Letztes Mal waren wir da, da waren wir noch so einen Livestream. Ja, da waren wir das erste Mal dort, da haben wir einen Livestream gemacht. Und war zweiter Aufgrund in diesem Jahr. Wir müssen uns erstmal diese ganze Lokalität angucken. Klein gemütlich. Aber wir haben den Chat im Blick. Jasmin Ritter ist am Start. Wir sind gespannt wie es ist mit Leuten auf jeden Fall. Und wir spielen heute relativ zeitig. Wir spielen irgendwie 23, 23, 30 bis 1 oder bis 0.30 Uhr. Und spielen vor John Dee. Und danach Asina. Ja. Also das wird ganz geil. Sportlich auf jeden Fall. Schauen wir mal. Und dann heute Abend wird es 17 Bockwurst. Wir müssen noch was aufnehmen. Machen wir das heute? Würde ich sagen. Passt genau. Vielleicht kriegen wir das ja heute hin. Nehmen wir einfach die Handys. Ihr werdet mal rausfinden, was wir aufnehmen müssen. Nichts. Kein Videomaterial. Doch, wird auch noch kommen. Aber naja. Also wir sind jetzt auf dem Weg. Ich hab's auf Kamera. Ich hab's auf Kamera. Ja. Wir fangen erst halb an. Das ist doof. Alter, wir wissen, ihr könnt 23, könnt aber auch 23, 30. Das ist so ein Faltwegsfaktor. Wo ist John in the Brace, wenn man ihn mal braucht? Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Drinnen, kloppt ab hier drinnen. Und es war so gelbes Wasser. Gelbes Wasser. Weiß nicht warum, drücke erstmal die Spülung. Die Spülung nicht. Alter, hätte ich dort ein Ding eingesetzt. Ein U-Boot. Findest du schon? Dann hätte ich da ein U-Boot eingesetzt. Alter, dann hätte ich mich ja auch geschenkt. Ich bin jetzt nicht klar. Du schämst dich. Naja, das war jetzt gerade schon peinlich. Eher... Das war uns nicht nur noch los. Groß Pullern. Ja, wie ist's? Naja, wir waren gerade. Wir sind hier am Lederwerk. Und mussten erstmal pullern. Groß. Wie ist's? Ey, Pipo, kannst du machen? Mach mal Wurm. Ralf. Okay. Scherif im Abteil. Scheißegal. Mit Abteil. Mit Abteil. Mit Abteil. Mit Abteil, ja. Wisst ihr in meiner Hüt? Hier bin ich der Scherif, Alter. Mit jedem. Kannst mir mal so einen Stern hinmachen. Scherifstern. Musst ihr mir hinmachen. Scherifstern. Scherifstern. Ja, das kannst du zensieren lassen. Aber zensier das. Einfach nur zensieren. Hier wird nicht geschnitten, Alter. Lieb ich so. Und die Pferde. So ein Fleisch-Taxi. Fleisch-Mofed, bitte. Fleisch-Mofed. Ja. Das Wochenende ist doch vorbei, ja? Leuchert Oller. Lederwerk. Wie war's? Geil. Ne, ne. War geil. Ähm. Bock. Leute hatten Bock. Gerne wieder. Ja. Sorry, ey. Wir genießen ja gerade. Also bei Bockwurst. Eigentlich hätte man nur eine Schnauze. Bei Bockwurst genießt man. Bei Bockwurst ist Leben. Scherifst? Ah!